WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR was heute geerntet wird. Diese schnittfeschen Tomaten z.B. gibt es jetzt bei Coop zum Aktionspreis das Kilo für nur 42. Für schöne Ferienerinnerungen profitieren Sie jetzt vom Coop-Fotoservice-Angebot. Eine Farbkopie 9 x 13 cm z.B. kostet jetzt nur 35 Kronen. Das Tasch-Vollwäschmittel ist 3 Franken günstiger und ein halbes Kilo gibt es gratis dazu. 1 l Coca-Cola oder Coca-Cola Light gibt es jetzt nur für 95 Rappen und 100 g Salami Nostrano für nur 52. Und das ist das Coop-Bubiläumsangebot Erfrischender Goldstar Eismilk-Klutscher Vanille 10 Stück für nur 3,90. Auf Wiedersehen!